Der Bruder hat gerade über Fernsehen geredet und auch über Handy auch geredet. Ach Jesu Allah, du bist in der Wohnung mit deiner Familie, Kleinkinder, jeder spielt mit seinem Hirsch, Krankheitsgruppen, jeder. Jeder, ganze Familie sind faul geworden, wie auch in der Geschichte des Parallel MZ, ein Bruder, sagte, es gibt eine Familie, die richtig faul ist, richtig faul. Müll Allah, es ist nicht froh, diese Familie zu sein. Abu Sahada sagte, die Mutter ist einkaufen gegangen, die ist zurückgekommen, hat geklopft. Die Kinder waren zu Hause, der Vater auch genauso zu Hause. Und der Vater sagt, ey Mohamed, mach auf. Der spielt mir sein Indie, er will nicht aufmachen. Der Annächste auch, will keiner aufmachen, obwohl die Mutter draußen ist. Richtig faul. Auf einmal der Vater auch, das noch fauler, sagte vonweil, geh nach Hause, du bist Talik. Du bist Talik, geh nach Hause. Und was noch krass ist, dass die Mutter auch faul ist, sie hat Schluss. Nur aufzumachen, verbringt sie nicht. Das war stark. Allahu akbar, diese Hingehs-Urlai, diese Krankheit, diese Schmerzen. Von ihm, von ihm. Lufsteh. Ja. Nein.